Autofahren, so preiswert und entspannt wie nie zuvor? Der Autofuchs. Genießen Sie endlich wieder Freude am Autofahren. Treten Sie die Kostenbremse voll durch. So lassen Sie sich beim Autofahren von niemandem mehr die Tour vermasseln. Entkommen Sie mit Leichtigkeit den Geldfahren, die Ihnen Tankstellen, Händler, Werkstätten und Verkehrsgerichte stellen. Autofahren, ein teures Vergnügen? Nein, ein Vergnügen ist es mittlerweile nicht mehr. Aber der Rest stimmt doch, oder? Autofahren? Das bedeutet heute vor allen Dingen, dass Sie tief in die Tasche greifen müssen. Ganz tief. Nicht genug damit, dass Ihnen permanent Staus und eine heruntergekommene Verkehrsinfrastruktur auf Ostblockniveau jede Freude am Fahren nehmen. Auch jeder Blick auf das Preisschild der Benzinsapfsäule wird zum Ärgernis. Versicherungen und Steuern machen das Autofahren natürlich auch nicht gerade billiger. In den Schatten gestellt werden diese Geldfresser nur noch von heimtückischen Werkstätten, linken Autohändlern und korrupten Verkehrsgerichten. Die halten die Hand nämlich ganz weit auf. Wie lange wollen Sie sich diese Abzocke noch gefallen lassen, wo es doch längst einen Weg gibt, so preisgünstig und entspannt Autofahren zu können, wie schon lange nicht mehr? Belegen Sie diesen genialen Crashkurs zum Autofuchs und sparen Sie ab sofort Unmengen Geld, Zeit, Mühen und Nerven. Ich, der Autor dieses Ratgebers, habe im Laufe meines Lebens gut 1 Million Kilometer hinter dem Lenkrad von Pkw aller Art zugebracht. Ich weiß genau, wie Ihnen beim Autofahren zumute ist. Zugegeben, das können viele, aber nur ganz, ganz wenige erzählen Ihnen, wie Sie den zahlreichen Kostenfahnen souverän ausweichen können. Nämlich so, lassen Sie sich als Autofahrer nicht länger zur willigen Geldmelkkuh degradieren. Entdecken Sie das Geheimnis, wie Sie ab sofort immer in der perfekten Sparspur bleiben. Lesen Sie den Autofuchs und erfahren Sie, wie Sie Ihre Spritkosten schlagartig um bis zu 20% senken können. Wie Sie Autoreparaturen 40% billiger bekommen. Wie Sie tadellose Neuwagen zum Spottpreis einkaufen, legal versteht sich. Wie Sie Ihren Gebrauchten zum Ferrari-Preis verkaufen, egal wie mitgenommen er aussieht. Wie Sie aus so gut wie jeder Verkehrsgerichtsverhandlung als Sieger hervorgehen und vieles mehr. Dieser Ratgeber ist ein unverzichtbarer Begleiter für Sie, wenn Sie auf Ihr motorisiertes Gefährt angewiesen sind. Allein wenn Sie nur einen einzigen dieser goldwerten Tipps beim Autofahren umsetzen, werden Sie den Preis für dieses Buch locker wieder reingeholt haben. Sollten sich doch die anderen dumm und dusselig zahlen. Sie hingegen sparen beim Fahren. Und zwar so richtig. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsunline.de Machen Sie es gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademachen Wir nehmen Sie das. Vielen Dank.